Willkommen zurück zu SimCity Builder. Heute werden wir hier ein legendäres Gebäude machen mit der Spezialisierung Bildung. Ich mache eigentlich immer am liebsten Bildung, weil ich da so gut aufgestellt bin. Ich habe hier zwei, drei öffentliche Bibliotheken. Ich habe eine Grundschule, ein Gymnasium, eine allgemeine Hochschule und die Universität, warum ich die auch nicht mehr... Hä? Ich kann die halt nicht mehr bauen. Okay. Achso, ja, ja. Ich erinnere mich. Ich habe das hier mal aus Versehen gelöscht, zerstört. Ja. Egal, bauen wir sie nochmal. Jetzt haben wir keine goldenen Schlüssel mehr. Egal, bringt uns ein paar Punkte mehr. 21 Stunden hält das hier noch. Dreifache Punkte. Und ich sehe mein Lager. Mein Lager ist gerade am platzen. 160 von 160. Ich habe halt nichts im Übermaß. Ah, Lagerstangen und Bulldozerräder sind ein bisschen viel. Ja. Gut, dann verkaufen wir ein paar davon. 600 machen wir mal weg. So, dann verkaufen wir davon mal zwei. Und noch ein 600er machen wir weg. Und machen hier auch noch mal zwei. Jetzt habe ich ein bisschen Platz. Das reicht natürlich auch nicht. Ah, habe noch ein Rad bekommen. Äh, ja. Ich habe hier noch was im Pass bekommen. Erhöhte Promenade. Zwei Stück. Ähm, ja. Das kann man über eine Straße bauen. Warum auch immer. Wo machen wir das denn? Hier. Einmal. Und zweimal. Äh, wo machen wir das denn? Hier. Einmal. Und zweimal. Ich muss mich dafür vorbereiten, weil man sich dafür vorbereiten kann. Also... Im Grunde muss man von allem eine große Menge haben. Mein Lager platzt. Ich habe eigentlich von allem eine große Menge. Naja. Ähm, wir haben ja hier noch diese eine Aufgabe. Äh, legendäre Punkte verdienen. 30. Und los geht's. So, dann stürzen wir mal mein System ins Chaos. Äh, warte mal. Nur ein Punkt? Habe ich irgendwas übersehen? Die drei waren legendären Punkte. Okay, was auch immer. Das wird so Ewigkeiten dauern, das System wieder herzustellen. Dann... Äh, hier haben wir noch was. Wir haben schon zwölf Punkte ohne Probleme bekommen. Jetzt wird's langsam schwierig. Okay, drei Fische. Ganz leicht. Drei... Oh. Ähm, da. Drei Fische. Drei Fische. Vier Glas. Drei Fische. Vier Glas. Einmal Stoff. Drei Fische. Vier Glas. Fünfmal Chemikalien. Ich fürchte, ich habe nur viermal Chemikalien. Aber, naja. Das mache ich... Gleich hole ich noch den Fisch. Schon wieder. Hier. So. Schon 14 Punkte. Zwei Mal Käse für nur einen Punkt. Das ist echt schlecht. Davon noch was. Davon noch was. Okay, dann gucken wir nochmal kurz hier. Ja, das war mit dem Fisch. Wir brauchen drei Fische. Wir brauchen drei Fische. Das mache ich glaube ich erstmal nicht. Ach, schon wieder. Zwei Pflanzen. Uff, das könnte lange dauern. Zwei Schuhe. Für einen Punkt. Na ja, einmal Chemikalien. Wir brauchen drei Fische. Ah, viermal Stoff. Toll. Einen Schrank. Okay, dann... Gehen wir mal... Zum Frosthjord holen die drei Fische. Fische, Fische, Fische. Neue Fische herstellen. Das warte ich nochmal... Ein bisschen ab. Äh, wie viele Punkte haben wir denn jetzt? 17. Wir haben schon über die Hälfte geschafft. Das ist natürlich toll. Ist natürlich toll. So, jetzt haben wir noch einen Punkt. Dann gucken wir jetzt mal... Tja, da war mal wieder mein Speicher voll. Ich hatte noch die letzte Folge... Äh, drauf. Die habe ich aber schon hochgeladen. Deshalb habe ich das Video jetzt erstmal gelöscht. Äh, ja. Hat leider nichts zu verkaufen. Dafür habe ich ein Geschenk trotzdem noch bekommen. Äh... Müssen wir mal gucken. Okay, zwei Mal Zement. Einen Schrank werde ich wahrscheinlich nicht machen. Vier Mal Stoff. Ich könnte mir eine Werbung ansehen. Ich könnte mir eine Werbung ansehen. Dreimal Gras. Naja. Zwei Pflanzen im Punkt ist echt wenig. Einmal Chemikalien. Einmal Chemikalien. Ich könnte mir auch eine Werbung angucken. Hm... Erstmal nicht. Die ganze Zeit tippicht dahinter. Und jetzt einmal davor. Toll. Auch nochmal zwei Pflanzen. Und hier... Warte mal. Bringt das was? Nein. Also... Ich brauche... Einmal Chemikalien. Und viermal Stoff auf jeden Fall. Und Zement. Oh. Zement braucht Chemikalien. Ja. Und es gibt drei Punkte. Für... Den Stoff. Also werde ich das eher machen. Übrigens, falls irgendjemand das hier kapiert. Ich... Ich... Ich kapier's nicht. Alle Attraktionen bringen derzeit die dreifachen... Dreifachen legendären Punkte. Attraktionen. Warte mal. Attraktionen. Attraktionen. Ist das eine Attraktion? Kann ich mir leider nicht kaufen. Kann ich mir leider nicht kaufen. Ich... Leider habe ich nicht die nötigen Punkte dazu. Mützen. 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 Mütze. Stoff. Na toll. Äh... Ein Schrank? Ne. Hier. Glas. Habe ich noch Glas? Nein. Ich habe kein Glas mehr. Äh... Ja. Dann... Dann, dann, dann. hauen wir hier mal ne Geparden Tempomarkerei rein. Das bringt mir auch nicht viel. Dann müsste ich hier noch ne Schaufel erstellen. Plastik brauche ich dazu. So... Und... So. Dann hauen wir hier mal ne Geparden Tempomarkerei rein. Ähm... Ähm... Und hier auch. Es dauert noch knapp zwei Minuten jetzt. Äh... Ja. 18 Punkte. Und ich brauche 40. Und ich brauche 40. zwei Topfpflanzen. Noch ne Mütze. Ja. Chemikalien. Noch ne Pflanze. Das Gras. Was ich gerade herstelle. Eine Minute noch. Ja. Die Chemikalien, die ich vorhin noch brauche. Die Chemikalien, die ich vorhin noch brauche. Der Stoff, der gerade hergestellt wird. Okay. Noch ne halbe Minute. Das da. Das da. Das da. Das da. Ich kann leider keine Katastrophe auslösen. Weil mir einfach die Sachen dazu fehlen. Hier. Ne Batterie. Auch ne Batterie. Zwei Batterien. Und zwei von diesen Handschuhen. Ich glaub schon. So. Dann können wir hier. Das herstellen. Jetzt haben wir schon einmal Gras. Gut. Dann mach ich jetzt hier einen. Cut. Danach wird wahrscheinlich das Gras fertig sein. Und ich guck. Hierfür eine Werbung. Also bis gleich. Drei Minuten später. Ich hab's nicht hingekriegt. Sehr einfach nicht. Ich hab's mehrmals versucht. Machen wir jetzt trotzdem mit dem. Äh. Gras. 21 haben wir jetzt. Hier stelle ich noch einige Schaufeln her. Damit ich hier. Die Schösslinge machen kann. Die hier waren. Ja. Hier. Und. Hier. Nein. Da. Ja. So. Noch irgendwas dazu gekommen. Das hier, oder? Ja. Okay. Viermal Farbe brauch ich. Und das brauch ich Chemikal. Ach ja. Jetzt müsste ich hier drauf warten. Und dann würde ich das da machen. Aber ich dann gleich nicht genug Samen hab. Also brauch ich auch noch das da. Hier müsste ich eine Werbung gucken. Und hier. Ich hab aber immer noch fast ein volles Lager. Warum werden diese ganzen Sachen nicht abgefragt? Warum kann ich das nicht geben? Warum kann man nicht so eine Aufgabe ablehnen? Das zum Beispiel. Warum nicht ablehnen? Warum geht sowas nicht? Na ja. Ich werd dann wahrscheinlich mehrmals kappen. Ich werd versuchen hier die Werbung zu gucken. Weiter zu gucken. Und hier. Da brauch ich das auch nochmal. Während wir darauf warten, könnten wir ja ein paar, äh, Errungenschaften halten. Hier. In meiner Villa. Ist halt diese riesengroße Auswahl an Sachen. Einige kann ich so schnell nicht machen. Aber es gibt ein paar, die man wirklich ganz leicht machen könnte. Wenn ich's finde. GrünCity. Wind, Sonnenenergie anbieten. Zum Beispiel. Oder ich hab da noch was gesehen mit, äh, Strom irgendwo. Also, da, Power City. Das mach ich momentan. Oder hier, Smog City. 100 Wohngebiete. Ich hab grad mal 89. Also, können wir das nicht machen. Aber wir können ja mal was aufstellen, was Strom bringt. 20 Stück. Wind. Oder Sonnenenergie. Ist jetzt nicht wirklich schwer. Und? Das sind 22. Kriege ich jetzt die Belohnung? Nein? 20 Wohngebieten Wind- und Sonnenenergie anbieten. Da. Sonnenenergie. Windenergie. Sagt euch das nichts? Nein? Muss ich das hier löschen? Bitte sagt mir nicht, ich muss das löschen. Na, egal. Ja. Ja. Ja, für alle. Hä? Muss ich beides haben? Okay, zerstören wir mal das auch. Komm schon. Hallo. Ah, jetzt. Endlich. 75 Wohngebiete. Okay, dann bauen wir mal davon ein paar mehr. 75 Wohngebiete. Ja. Einsammeln. 150 könnte etwas schwer werden. Aber hey, wir haben einiges schon eingesammelt. So, jetzt zerstören wir das mal wieder. Das zerstören. Das zerstören. Das ist pure Geldverschwendung. Aber egal. Sobald ich 150 Gebäude habe, baue ich das wieder auf. Da, eins. Und noch eins. Fertig. Wir haben alle Strom, ja. Ich wollte nur eine kleine Aufgabe hier erledigen. Beruhigt euch, Leute. Ja, sonst hätte ich jetzt nicht so was, was ziemlich schnell gehen würde. Ah, fünf legendäre Gebäude besitzen. Ich bin gerade beim zweiten. Die erste Pflanze ist fertig. Juhu. Äh. Ja. Falls ihr nicht wisst, wie ich Werbung versuche auszulösen, ist häufig sowas hier. Ich tippe auf die Fabrik und direkt neben die Fabrik. Und häufig löse ich dabei Werbung aus. Schade, dass nicht irgendwie hier so ein Knopf ist oder so ein Button, wo man draufdrücken kann und dann das mit Hilfe von Werbung einfach fertig macht. Gibt's leider nicht. Ist mehr oder weniger dem Zufall überlassen. Ähm. Ja. Schade eigentlich. Gut, dann mache ich hier nur noch einen Cut. Ist jetzt schon eine ewig lange Folge. Und ja, ich versuche weiter mein Glück. Wenn ich Pech haben sollte, hätte ich diese neun Minuten einfach abwarten müssen. Ähm. Ansonsten. Baue ich noch ein paar mehr davon. Stadtlager voll. Na von mir aus. So. Ich stelle einfach nur noch die ganze Zeit die da her. Ist auch eine ziemlich coole Art Geld zu verdienen. Also einfach Stahl, Holz und Plastik herstellen und dann die ganze Zeit die Schaufeln und die Kochutensilien herzustellen. Mache ich häufig auch. Ich mache hier eine Gepardentempomarke rein. Und stelle dann hier einmal Stahl her. Dreimal Holz und einmal sechsmal sieben, achtmal Plastik. Ähm. Am besten eigentlich neun Plastik. Weil ein Stahl braucht eine Minute. Nach einer Minute mache ich noch mehr Stahl rein. Dann mache ich dreimal Holz rein. Und dann neunmal Plastik. Dann habe ich insgesamt am Ende neun Stahl, neun Holz und neun Plastik. Aber dadurch, dass ich hier weniger Platz habe, mache ich dann immer einen Hammer noch dazu. Hier. Um das dann auszugleichen. Das verkaufe ich dann alles einfach. Ist auch relativ beliebt, würde ich sagen. Und so sammle ich eigentlich ziemlich viel Geld. Ja, ich warte dann jetzt mal die sieben Minuten hier ab. Wir sehen uns dann in vielleicht 20 Minuten wieder. Weil ich dann hier auch noch das hier herstellen muss. Bis gleich. Bis gleich. Bis後. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.